Das Mobbing beginnt niederschwelliger. Hater, die Rezensionen über ihn veröffentlichen. Hater, die Fanartikel verkaufen oder Lieder komponieren. Ist der Oga nicht mehr da? Weißt du noch, wie alles anfing? Als ich damals auf der Lachschon-Seite regelmäßig abhing. Du weißt es nicht, denn es gab noch keine Träger. Nur Schnappi und Panik und wen man sonst gesehen hat. Doch irgendwann tauchte Reiner Leder auf. Das ist ne große Sache, wird hat keiner je geglaubt. Wir haben ihn groß gemacht, es war ein großer Spaß. Anzeige geht Montag raus, selten hab ich so gelacht. Weißt du noch, als Sex im Mittelalter rumging? Ich lass den Text und der Diener war erfunden. Also schnell eingelesen, auf YouTube hochgeladen. Es war mein erstes Video, das Projekt konnte starten. Es war die Zeit, als es mit Hater-Liedern anfing. Viel Ehrenleute, die heut leider nicht mehr da sind. Liebe geht an Herr Bucket und an Drachen Prinzessin. An DJ Mala und alle, die ich hier grad vergesse. Ich bin jetzt dein Leibdiener. Dein einziger fleißiger, eifriger Style-Kicker. Du fühlst dich wohl, denn du wirst gerade bedient. Wer mich feiert, wird geliebt und dem Rest wackeln die Knie. Ich bin jetzt dein Leibdiener. Dein einziger fleißiger, eifriger Style-Kicker. Viel hat sich getan seit dem Ofenkäse-Part. Doch ich bin auch noch am Start. Ist der Oger nicht mehr da? Weißt du noch, als mehr Dank an Lieder kamen? Manche geil, manche richtig schlecht. Was soll ich sagen? Aber das Wichtigste, es hat mir immer Spaß gemacht. Ob es gekriegt wird oder nicht, ist mir doch fuck egal. Ich machte Rap-Tracks, auch mal ne Rockplatte. Zeug, das ich feierte, worauf ich Bock hatte. Der Trick dabei zu bleiben, ist den Scheiß nicht ernst nehmen. Was viele in der Szene bis heute nicht verstehen. Genau das merkte man, das Game, es wurde toxisch. Man schrieb sich vor, wie man zu Hayden hat und es gab Boxing. Es kamen mehr Autisten, die sich daran aufgalten. Andere nackt zu machen, wie kann man so drauf sein? Das hier geht raus an alle von der alten Garde. An Kerr, an Affenkicks und an den Bruder Trucker Alfred. Auch an die Fotzen, die Moralkeule schwingen und zur gleichen Zeit oft quitter asozial. Leute zinken, fickt euch. Ich bin jetzt dein Leibdiener, dein einziger fleißiger eifriger Style-Kicker. Du fühlst dich wohl, denn du wirst gerade bedient. Wer mich feiert, wird geliebt und dem Rest wackeln die Knie. Ich bin jetzt dein Leibdiener, dein einziger fleißiger eifriger Style-Kicker. Viel hat sich getan seit dem Ofenkäse-Part. Doch ich bin auch noch am Start. Ist der Oberlicht mehr da? DIN A DANKEN! 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 Drega Park ist meine Gang, wir vielen weiter fette. Hater helfen, es ist heute selbst noch Eis-Tippel, der echte. D-P4L, Pitch D-P4L! Eis-T-Danken-Hilmurt macht Platz für die alten Kämme. Weißt du noch, das Game war irgendwann zu Ende. Es war doch abziehbar, dass sich dieses Blatt so wendet. Schluss mit Drachensongs, Schluss mit Hörspielen, die jeder mag. Ich werd den Scheiß vermissen und auch meine Jungs von Trägerpark. Helmut Eis die Sahne und auch Nick den Checker. Zähle ich bis heute noch zu meinen Lieblingsrappern. Liebe an die Bubble und an alle, die mich feiern. Das Game mag enden, doch der Diener, er bedient euch weiter. Ich bin jetzt dein Leibdiener, dein einziger fleißiger eifriger Style-Kicker. Du fühlst dich wohl, denn du wirst gerade bedient. Wer mich feiert, wird geliebt und dem Rest wackeln die Knie. Ich bin jetzt dein Leibdiener, dein einziger fleißiger eifriger Style-Kicker. Viel hat sich getan seit dem Ofenkäse-Part, doch ich bin auch noch am Start, ist der Ober nicht mehr da. Ich bin jetzt dein Leibdiener, dein einziger fleißiger eifriger Style-Kicker. Du fühlst dich wohl, denn du wirst gerade bedient. Wer mich feiert, wird geliebt und dem Rest wackeln die Knie. Ich bin jetzt dein Leibdiener, dein einziger fleißiger eifriger Style-Kicker. Viel hat sich getan seit dem Ofenkäse-Part, doch ich bin auch noch am Start, ist der Ober nicht mehr da. Untertitelung des ZDF für funk, 2017